Welche Energien auf Sie warten oder Sie beeinflussen? Rosalinde Haller verrät es Ihnen. Tagesenergien Samstag, 1. August Heute kommen verstärkt Themen bezüglich Stabilität, neuer Ideen und Kreativität hoch. Gefühle wollen kanalisiert werden. Nach starker Unsicherheit kommt der etwas mühsame Prozess des doch noch Ziele Erreichens hoch. Allzu enthusiastische Ideen werden aufgegeben. Sichere Fundamente genügen uns als Wunschziel und treten auch in den Bereich der realistischen Möglichkeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017